Hallo Leute, in einem mal recht herzlich willkommen. Irgendwie habe ich heute kein Intro, weil mein PC gerade extrem rumspackt. Ich muss das gleich nochmal nachschauen. Ähm, ich wollte euch aber jetzt das Gameplay hier trotzdem nicht vorenthalten. Auch wenn es heute... Oh mein Gott. Wir haben hier irgendwelche Meldungen im unteren Eck. Was ist da los? Ähm, ich wollte euch das Gameplay aber trotzdem nicht vorenthalten. Lol, good job. Good job, good job. Ähm, wir spielen Ranked Draven. Ich musste gerade schon reconnecten, also sowas hatte ich irgendwie noch nie im Ranked. Komisch. Wundert mich. Aber... Für alles gibt's ein erstes Mal. Und ich hoffe, das stört uns jetzt, äh, oder das hält uns nicht davon ab zu gewinnen. Gegen eine Caitlyn, ich weiß nicht wie gut sie ist. Lol, good job. Komm schon. Gut job. Nice. Sehr schön. Also es tut mir echt leid, dass heute kein Intro ist. Ich muss da gleich nochmal nachschauen, woran es liegt, dass wir kein Intro haben. Oh nein. Wir verpassen alle Minions. Lol. Komm, stirb nochmal. Bitte. Lol. Das Morgana. Das Morgana. Alter, mir tut's so leid, dass ich kein Intro drin hab. Lol. Unser Team geht voll ab. Good job. Alter, aber mein Mikro ist schon an, oder? Oh ja, zum Glück. Alter, das wär jetzt der Tod. Kein Intro und mein Mikro ist aus. Da hab ich immer die meisten bedenken. Lol, der Blitzcrank. B, T, F, zwei Kills. Vier Minuten. Schade. Das wär geil gewesen, hat der Ding gegrappt. Hey, lass mich meine Axt sammeln. Ich merk schon, irgendwie. Ich weiß nicht. Es wird cool, aber es wird, glaub ich, nochmal ein bisschen anstrengender im Late Game, weil die Catelyn ja doch recht gut farmt. Da tut's mir echt leid, dass ich kein Intro hab. Das regt mich irgendwie auf. Ich weiß nicht, ob ich das im Nachhinein einfach noch reinschneide. Ihr werdet's ja dann sehen. Also hochladen tue ich's auf jeden Fall, glaub ich. Auch wenn kein Intro ist. Weil, wer weiß, wie ich aufnehme, wer dieses Tutorial von... Lol. Ach, schade. Wer mein OBS-Tutorial gesehen hat, der weiß ja, wie ich aufnehme. Und... Ähm... Jetzt kommt da gleich eine Morgana-Cue rein. Ich seh's jetzt schon. Sag ich doch, die Morgana kommt schon. Aber sie macht keine Cue. Sie ist ganz lieb. Ähm... Ich muss jetzt noch ganz kurz, äh, schnell... ...nachschauen, ob unser... ...beziehungsweise ob mein Intro überhaupt noch funktioniert. Zehn Sekunden. Ja. Ja. Gut, dann schau ich jetzt mal, ob's funktioniert. Also, dann gibt's das Intro eben jetzt. Oder auch nicht. Das ist so okay. Das ist so okay. Mein PC ist so okay. Das ist ja... Was? Good job so far, Raven. Hat er gesagt. Ja, das sag ich auch. Good job, Blizzcrank. Nice action hier. Gut, also... Das Intro gibt's jetzt noch. Also, jetzt dann demnächst... ...eben verspietet. Ich versuch... LOL. Ich versuch das Intro jetzt einfach das nächste Mal, wenn ich sterbe oder so. Ähm, das nächste Mal, wenn ich sterbe oder so, oder wenn wir back gehen, dann nehm ich einfach das Intro jetzt dann halt rein. Kein Problem. Da finden wir schon eine Möglichkeit. Grab den Bot. Das ist aber gar nicht gut. Jetzt wollte ich gerade anfangen raus zu pushen. Komm schon, Blizzcrank. Grab. Grab someone. Too easy. Too easy. Ich bin da mit voller Absicht reingelaufen. Oh! Okay. No! 1 P. Go! Go! LOL! Come on! Good job. Good job. Diese OP-Taktiken. OP-Taktiken packen wir hier aus. Ah nein, Schuhe. Schuhe, zwei Heepods. Jetzt schau ich nochmal, wegen meinem Intro. 15 FPS sind OP. Auf Doom. Auf Doom. Auf Doom. Ah, gefunden. Ich habe die Einstellung gefunden. Das ging die ganze Zeit. Gut. Das ist jetzt nicht so toll, dass das Intro halt jetzt erst jetzt kommt. Wahrscheinlich kam schon die ganze Zeit. Also, der Ton, der kam, glaube ich, die ganze Zeit. Nur ihr habt es halt nicht gehört. Glaube ich. Ah, haben wir gar nicht. Au. Irgendwie fressen wir. Nein! gut job. Au. NP. Sehr schön. Sehr schön. Also, jetzt bin ich glücklich. Mein Intro funktioniert auch wieder. Mein PC ist doch nicht so crap, wie ich gedacht hätte. Leil. Ha, ha. Gut job. Gut job. Gut job. Da tut es mir ja echt leid, dass ich die Einstellung da nicht früher gefunden habe. Ihr werdet es nicht glauben, was es war. Ja, ich glaube sie selber nicht. Und das ist eigentlich voll, voll creepy, die Einstellung. Mein, mein Intro war nicht auf sichtbar gestellt. Das war nicht auf sichtbar gestellt. Da war der Ton da, aber nicht das Bild. Egal. Jetzt ist es ja da. Einmal mit Intro oder ohne. Da kann ich jetzt auch nichts dafür. Das Gameplay ist so geil. Hallo, schon wieder 4-1. OP. Draven ist OP. Ich glaube, da kann die Caitlyn jetzt gar nicht mehr so viel machen. Wenn die jetzt irgendwann nochmal gegrappt wird, dann ist die eh tot. Tottöter am Tötersten. Der Blitzkring ist auch ensgeil, der wardet immer. Das ist voll geil. Gefällt mir. Wir fressen dann doch recht viel Damage. Da hau ich mir lieber nochmal einen Heal-Fat rein. Hey, Blitzkring, mein Minion. Haha. Lucky Noob. Äh, Lux Noob. Nicht Lucky Noob. Lesen kann ich auch nicht mehr. Loll. Nein. Nein. Come on. Huuu. gut job sehr schön ich gebe back gut job also mein Intro Problem ist auch gelöst da bin ich glücklich auch wenn wir am Anfang kein Intro drin haben da bin ich nicht glücklich und leider höre ich nicht wenn der Ton von meinem Intro da abläuft tja ist halt okay kann man nichts machen schaue ich jetzt einfach nur nochmal hier durch da stimmt noch alles die Sprache hat sich auch umgestellt ist jetzt alles Englisch mein PC ist komplett in Englisch nur weil er sich einmal neu gestartet hat PC ist OP mein OP PC Leute job come on die kriegen wir Leute job nice ach meine Axt die fliegt wieder irgendwo hin ich bin so fett da macht es der eine Killer auch nicht mehr aus lol das Minion Grab OP Minion Grab nein ich glaube mit deinen passiven keine Minions Kills ist ja okay aber keine Minions die guten Minions au danke toll was war das denn für eine Ulti von der Ding das war die OP Ulti das hat Ult das war die OP Katelyn Ulti habt ihr gesehen wie viel Damage sie gerissen hat da bin ich gleich losgesprintet mit meinem Sprinter mit meinem Sprinter B den Gang wo Gang der denn Gang der Bot oh jetzt hab ich meine mein Kreisel zu früh angepasst oh schade jetzt dachte ich schon jetzt kommt so ein OP Katelyn Grab nach der OP Katelyn Ulti bei der Katelyn ist schon viel OP da ist er in Warwick das ist wer Draven shines oh schade 0 das warwick warwick OP warwick 3-0 let's go hey lol egal ist gefällt alles gefällt hier wiko ja bin ich dafür break maybe am und away nein 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 mehr du Penner was er macht den Shutdown dann machen wir jetzt aber Drake er ist gar nicht da gut sagt er gut NP Blitzcrank NP I'll take that und Hubschrauber weee good job da haben wir den Turm das sieht doch nach einem Win aus oh das Flash diese Flash Mechanics diese Flash Mechanics okay no Flash diese Flash Mechanics good job das ist gar nicht mehr wir haben keine Mahna mehr wir haben keine Mahna mehr Mahna ist alle lol loll gerade wollte ich sagen ich will noch ein Kill ich habe meine passive so aufgefüllt gut job gedived den Turm kriegen wir den Turm kriegen wir ja lass weggehen oder ja lass weggehen oder perfektion I got that I got that gut gehen wir weg Torrent Dive okay weiss nicht irgendwie hat der in der Mitte ein bisschen Problem eh I will death always ult on me oh nein brauchen wir da in der Mitte meine Ulti das war die OP Ulti hat nichts gebracht und sollte auch nicht auch nichts bringen also das dürft ihr nicht falsch verstehen die Ulti sollte gar nichts bringen die sollte nur abschrecken was sagt Raven da mit Watch Ever macht der Schleichwirkung für Amazon oder was Amazon Watch Ever da kriege ich dafür kein Geld nein Schwarz ich komme ne I'm on the way Timo you will get that hello 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 no no good job sehr sehr schön gemacht wo stell ich mir das vor so sollte jedes Rank ablaufen erstmal viel zu spät kommen die anderen haben schon wie gesagt äh angefangen mit Red und so dann haben wir erst gejoint und dann so geil zurückfinden ins Game so geil ist ja richtig krass oh wir werden gefokust vom Tower da mussten wir noch einen Tower Schuss einstecken yo kill her oh ich von hinten sehr schön sehr schön sorry Blitzcrank dass ich dich da hab sterben lassen nein die schaffe ich nicht ui ui was was double kill wir sollten Lux is noob never kill me oh 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 wir sollten uns nicht so aiden lassen das ist nicht gut wenn wir uns beten lassen und was Lux 21 9 gut job gut job perfektion I got that das Lux ult OP Lux ult so muss das sein I hate Warwick me too du weiss nicht ich mag Warwick und ich mag mag ähm wir sind auch nicht aber deswegen kann ich die doch nicht jedes mal jetzt bannen oder so nnn wie schade komm her du Penner aah wie knapp Achtung komm her spring auf mich hui never kill me natürlich never hat man ja gesehen die Gegner gehen ganz schön ab ich will nicht dass die nochmal zurück finden ins game ich komme soll ich da einfach meine Ulti durchjagen na das ist sie zu spät ui ein Warwick na da können wir keine Ulti helfen da können wir nicht mit unserer Ulti helfen wer kommt ich hab's nicht gesehen ich hab nicht drauf geschaut ich hab' schrecklich mit der Luft zu schrecklich nicht seh nein du Penner gut 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 Let's do this! Good job! Nice! Smite war vielleicht ein bisschen später, aber egal. Hallo, hallo! Ui, ich komme! Wir dürfen uns nicht, äh, töten lassen. Dafür ist mir mein 8-2-Stand ein bisschen zu schade. Nein! Ihr werdet gleich alle gesehen. Wir missplänen gerade irgendwie ein bisschen minimal. Oh Gott! Hold that Warwick! Good job! Trennen! Trennen! No! An enemy has been slain! An enemy has been slain! Die Dame, die das ansagt, die dreht schon durch. An enemy has been slain! An enemy has been slain! Okay. Was? Nein. Nicht wirklich. Au! Nein! Ich will hier raus. Hey! Ich glaube, jetzt können wir back gehen. Jetzt haben wir so wenig Leben. Wir gehen back, kaufen uns Phantom-Tänzer. Push! Ja, ich bin dabei. Komme! Wir haben die Mühe. Das muss reichen an Leben. Mehr Leben können wir uns nicht gönnen. Ui! Uiuiuiui! Da wenn der Warwick jetzt kommt mit seiner Ulti. Wenn ihn reinspringt. Warte für Raven. Ich bin weg! Warte für Raven! Warte für Raven! Ich koche! Nein! Nein, du Penner! Es sind zu viele. Why fight? Ja weil Blitzcrank OP. Okay Blitz, it's 1 versus 5. Warum 1 gegen 5? Wir waren zu zweit. Aha. Lol. Ich glaube ich hatte gerade 3 Äxte. Man kann bestimmt so jonglieren. Das wäre bestimmt ganz geil. Haha. Oh, mit in Finish. Lol. Timo Balls. Was ist mit Timo Balls? Our ADC kann play like that. No. Now? Our ADC kann play like that. Der an ADC oder was? 2,5. Woah. Nicht so gut. Wie macht man das so? Ah, cool. Wenn man Shift und 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 Enter drückt, dann kommt man automatisch in den All Chat. Das wusste ich mal. Und dann habe ich es wieder vergessen. Und jetzt weiß ich es wieder. Das lag's like hell. Hört auf die Caitlyn zu flamen, die kann nix dafür. Vor allem kann sie nix. Dafür kann sie ja vielleicht was. Aber auf jeden Fall kann sie nix. Aber auf jeden Fall kann sie nix. Aber auf jeden Fall kann sie nix. Alter, alter. Ui. Diese Temo Pilze. Diese Temo Pilze. Da ist er tot. Da ist er tot. Da ist er tot. Da ist er schon wieder tot. Sorry Leute. Engage. Weee. Killing Spree. I'm on the way. I'm on the way. Let's go take HP. I'm on the way. Let's go take HP. Ach, nach dem werde ich ja schon eingestuft. Ja, ich glaube da muss ich euch dann sogar noch kurz mein Desktop zeigen. Damit ihr auch seht, was ich werde. Ich bin ja selber gespannt, was ich mit dem Account hier werde. Schauen wir mal. Ich komme. Kann ich denn haben? Danke. Fokus, Lux and Kate. Lol. Ich komme. Easy. 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 Okay, ich glaube jetzt habe ich gegen Copyright verstoßen. Nein, Spaß. Dieses Game ist sowas von OP. Leute, sind sowas im Rank. Und sowas im Rank. Ich will einen Panther. Ich bin unstoppable. Ich will einen. Ich will einen. Bootjob. Ich will einen. Bootjob. No following these footsteps. Wrong Chat. Ich war im falschen Chat. Url. Nein! Wie wir ihn fast rumgebracht haben. Push please Geht nicht Ui Der Warwick kommt Der Warwick kommt Der Warwick kommt Gut Ich bin schon wieder weg Kein Problem Ich bin gleich weg Ich porte mich genau hier weg Mit dem Propeller Schade Jetzt ist er aus Haha Das war so OP Dass ich mich genau auf der Seite Backgeportet hab So OP Ich hab's genau gewusst Dass da jetzt jemand Um die Ecke kommt So und jetzt Trinity Trinity Da muss ein Trinity her Da ist zu wenig Damage dahinter Alter so ein Trollbild Hatte ich noch nie im Ranked Push Timo AFK Blue Brand Der Timo AFK Ist natürlich OP Drake Ja da bin ich dabei 3 Ui Warum hat er denn Ulti an Troll Warum hast du Ulti an Das Ult Drave Take Lifesteal Ich will kein Lifesteal Lifesteal ist OP Äh 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 Langweilig Lifesteal ist was für Für nicht Krippende Leute Ich krippe lieber Nein Warwick war hier Gar keiner war da Nein Ich mit meinem OP Lifesteal Pump sie alle weg So was bringt man mit Lifesteal nicht hin Kann ich nur sagen Lifesteal ist Nicht gut Au Au Ich wurde geshutdaunt Holt einen Turm Ich brauch Geld Toll Leute Was macht ihr denn Warum throwt ihr denn so Enemy double kill An ally Has been slain Don't throw Fuck this Teemo Poor Teemo Afk Das Teemo Warum hat er eigentlich gesagt Dass der Teemo Afk ist Das ist doch gar nicht mal so gut Das ist doch gar nicht mal so gut Diese Crits So OP Komm mit der Ich will mir nur noch schnell mal Trinity zu Ende kaufen Was? Was? Bot lane No Drei Leute bot Oh mein Gott Mitte Warte doch Du Troll Geh rein Schnell Der macht den Solo Er macht den Solo 8 Sekunden Dann kann ich die wieder weg Ich kann die alle machen, aber Nein Alter Warte Jetzt Gut job Gut job Gut job Und jetzt kriegen wir den Baron Und jetzt kriegen wir den Baron Geh weg, lass mich denn machen Nice 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 I love you Okie dokie Hör doch auf die so zu blamen Das ist doch nicht mehr lustig Eigentlich schon, aber Aber Psst LOL Ich will auch was von dem Kill No Jawoll Ich will eine Pentakill Ich will eine Pentakill Ich will eine Pentakill One One Hit Alter 80 Leben Alter Sorry 80 Okay Alter Ich habe den anderen Kehr da gewonnen Hör doch Ich tf Oh, it's okay I'm dreaming It's impossible Ach nee So Gut Don't be jealous I'm support It's better I'm the support It's better It's better than ADC Hä, was Wo liegt da der Sinn In dem Satz Wer hat denn der Support 7,6 Und der ADC 7,6 Und der ADC Ich sehe es nicht Wo ist denn der ADC 8,7 Ich will nicht alleine Pushen You can't get caught Natürlich kann ich das Ich will ein Panther No Da ist die Panther schon schon wieder da hin Ins Minus gesunken Alter Jetzt macht er den Quadra Ich sehe es schon Gut Job Hallo Caitlin Hallo Gesundsau Hallo meine lieben Freunde Nein Leute Macht ihn Macht ihn Macht ihn Gut Job Geiles Game Ach nee Ich zeige euch jetzt noch Als ich eingestuft wurde Was wurde ich denn eingestuft Ich zeige es euch gleich Leute Ich zeige es euch gleich Nein Ich bin Silber Was bin ich Silber Silber 2 Woo Yeah Silber 2 Silber 2 Da bin ich Silber 2 Ich zeige es euch noch ganz kurz Ah Wo ist es denn Hier Silber 2 Jawohl Okay Gut Job Geiles Game Wenn es euch gefallen hat Dann würde ich mich auf jeden Fall Über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen Bis zum nächsten Mal Ciao Leute